Im mittelamerikanischen Staat Nicaragua liegt Leon mit über 200.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Landes. Seit 1989 ist Leon Partnerstadt von Hamburg. Eines der Sozialprojekte, die der Nicaragua-Verein in Hamburgs Partnerstadt Leon in Nicaragua unterstützt, ist das Kinder- und Jugendhaus Bariletes, zu Deutsch die Drachen. Hier erhalten Kinder und Jugendliche aus armen Familien ein warmes Mittagessen und werden pädagogisch und psychologisch betreut. Die Vertreterin des Nicaragua-Vereins in Leon, Aileen Somariba, besucht das Projekt in regelmäßigen Abständen. Weiterhin führt Bariletes die Jungen und Mädchen an handwerkliche Beschäftigung heran. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 der Nicaragua-Vereins in der Index Wir sind in der Wildeas Seite von León, in der Höhe von León . Wir sind in Fachgebiete von León, die Division des Leóner Baconenns in unserer Krankenhaus-Vereins in den Bajos Re好的 Rekord. Esos niños son hijos de... Algunos, la mayoría son hijos de drogadictos, de mamás prostitutas, de padres de familias que se han ido para Costa Rica u otros países emigrando en busca de trabajo, pero, resulta que cuando llegan allá, se forman un nuevo hogar y se olvidan de los niños que dejaron fever. Entonces, esos niños nosotros nos encargamos de verlos, Denn die Idee für uns ist, dass sie die Protagonisten der eigenen Zukunft sind. Die Idee ist, dass sie irgendwann mal ein bisschen professionell oder technisch sein können, oder zumindest lernen ein Beruf, damit sie nicht die gleiche Routine ihrer Eltern haben. Untertitelung von ZDF, 2020